Also, mein Name ist Sean Ross vom YouTube, vom Gyuri und Hatzefratz und CIA. Ich würde niemals meine Kinder etwas antun, mich selber töten, einen Selbsttot machen. Wir wissen alle, da werden sehr viele von unseren Meistern, sehr viele Leute werden weder geselbstmordet, entweder geselbstmordet oder verunfällt. Also, um das mal klar zu machen, ich würde mich niemals umbringen, ich würde niemals meine Kinder, meine Familie etwas tutun und ich würde niemals, ich habe das schon mal auf meine anderen Kanäle gemacht, ich würde überhaupt niemanden verletzen, ich sage nur die Wahrheit. Und ich habe Morddrohungen von diesen Schweizern, von der Polizei und alles, Behörden, also damit das klar ist, okay.